In der Nacht zum Mittwoch ist in Renneritz, einem Ortsteil von Sandersdorf-Brenner, eine Lagerhalle mit 500 Strohballen in Flammen aufgegangen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt, wie die Polizei in Dessau-Roslau am Mittwochmorgen mitteilte. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Mittwochvormittag an. Der vom Geschädigten angegebene Schaden soll 300.000 Euro betragen. Die Ermittlungen zur Brandursache sind noch unklar und dauern an.